ich grüße euch freunde willkommen zurück bei call of duty vanguard und eine neue herausforderung ist da nämlich ungeladene gäste hierzu müsst ihr einfach im zombie modus die portale betreten also das dreimal in einer runde das ganze fünfmal und ihr habt die neue visitenkarte diesmal ist bisschen anders aufgebaut als cold war diesmal hat man keine überschriften wie man so hat sondern nur die visitenkarten an sich und wer so eine haben will natürlich gibt es das bei mir und genau ihr müsst natürlich das portal abschließen und dann habt ihr ein neues gebiet freigeschaltet und ganz einfach wie gesagt drei portale abschließen und das war es alle leute bis zum nächsten mal macht es gut